Hallihallo! Wir hatten mit unserem Crusader Kings Multiplayer-Projekt leider deutlich, deutlich mehr technische Probleme als im letzten Video vermutet hatte bzw. sich angekündigt hatten. Wir hatten nämlich das Problem, dass aus irgendeinem Grund mein gehostetes Gameplay gar nicht mehr gejoint werden konnte von Felix, deswegen haben wir jetzt neu angefangen. Felix hostet das jetzt. Inzwischen haben wir dadurch aber natürlich komplett neue Herrscher mit neuen Eigenschaften ausgewürfelt bekommen, also deswegen nicht wundern, das ist jetzt sozusagen ein neues Neustart des ganzen Projekts. Wir wollen es schon noch durchziehen, das Spiel macht uns eigentlich allen schon noch ein bisschen Spaß, aber die technischen Schwierigkeiten sind blöd. Aber ich hoffe ihr habt trotzdem Spaß mit dem Video. Wen hast du genommen? Ne, hier, ähm... Ne, Lumi. Ich würde jetzt mal in die Nähe von Lumi gehen, dass ich zumindest bei ihr sehe, was passiert. Nein, ich bin eh nicht dein Lumi hier. Bleib bloß weg. Ich würde es nicht. Geh weg. Ja, und dann nimmst du meine Sachen ein und dann bin ich sad. Warum sollte Ben deine Sachen einnehmen? Geh weg. Wenn das ein Arschloch in so spielen. What? Das ist direkt südlich. Im großen Fluss. Ähm, ich kann ja hier im Moment. Bist nicht auch verpasstbar von mir. Ich bin nicht direkt Nachbar von dir. Du wüsst mich nur abfacken. Ich will mit dir knuddeln. Wohlstallproblem. Wo ist dein Herrscher hin? Was? Wo ist dein Herrscher hin? Hier klingt so unten mein Herrscher nicht angezeigt. Das seid ihr, okay. Whatever. Das ist einfach kein Gesicht oder was? Ich bin erst 17 und hab schon ne Tochter. Jetzt hab ich plötzlich ne Tochter. Ja, das wird zufällig ausgewürfelt. Welcome to Crusader Kings. Ich bin schon 55. Ich bin 17 und hab nur ne Tochter. Das ist totaler Witz. Das hab ich ja gesagt. Ich weiß schon was. Nein. Du hast auch neue Stats und alles. Cool. Ich kann mir drei Konkubinen suchen. Ist das geil. Du hast auch neue Stats. Cool. Wie steht's denn mit meinem Rad? Das geilste ist, wenn ich hier auf Filter gehe. Bei Ehepartner. Na? Ja. Mhm. 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 Ähm, oder? Und jetzt nach Eigenschaften vererblich suche. Ach nee, für uns hat's mir. Dachte ich, dass es mir nicht anzeigt. Und jetzt zeigts mir was an. Aber die sind alle schlecht gelaunen und das andere sind alles Kinder. Hey, cool. Die sind 16. Ja, nehme ich mit 55 Jahren. Wow. Das geht in dem Spiel. Das geht halt einfach. Freya ist ein angenehmer Anblick. Aber echt, bei den Männern haben sie sich ein bisschen Mühe gegeben. Die Frauen sind alle irgendwie so komisch. Das ist halt, die sind halbwegs realistisch, die Frauen in dem Spiel gehalten. Realistisch? Ja. Sieht Lumi so aus? Sieht Niki so aus? Realistisch für die damalige Zeit. Man. Ah. Schön. Scheiße. Ich bin natürlich mit dem Katholizismus gelandet. Das ist bisschen blöd, wenn hier die Kreuzzüge losgehen. Ich bin... Was ist mein unreformiert nordischer Glaube? Es hat... Lumi ist auch Katholizismus. Lumi, wir können zusammen Kreuzzüge führen. Jawohl. Da geht's dann ab in den Nahen Osten. Moment. Jetzt ist auch der Linz hier etwas anders. Äh, der ist auch ausgewürfelt dann. Der hat dann neue Namen und... Ich bin verrückt. Die ist alles... Also die Personen werden alle nahezu neu ausgewürfelt. Also ich glaub die Namen nicht, aber die eingeschafft. Ich hab ja... Du hast nicht gefragt. Und du hast letztens schon festgestellt... Du hast letztens schon festgestellt, dass er dir sagt, du hättest kein Erben und plötzlich hast du den Erben. Da hab ich ja schon gesagt, das wird ausgewürfelt. Das ist nicht in Ordnung. Oh, männlicher Ehebruch ist nur verpönt, aber erlaubt. Sehr schön. Das ist äh, keine Verbrechen. In anderen Religionen ist das ein Verbrechen. Sprich, ich darf erst mal durch die Gegend vögeln, wie ich will. Yay! Yay! Ich bin übrigens soweit. Nicht der Meinung. Äh, Stufe stellen wir wieder auf 2? Ja, das war, glaub ich, ganz gut. Ja. Cody, ähm... Ich wollt grad fragen, alles fertig? Von mir aus kannst du. Lumi? Nja, ja, ich bin... Aber ihr könnt ruhig schon anfangen. Bei mir passiert jetzt eh wieder die nächsten 10 Jahre nix. Klingt ja... Von mir aus kann man auch auf 3 stellen, wenn am Anfang nicht so viel passiert. Okay, ja, alles gut. Nur manchmal passiert am Anfang relativ viel, das ist so ein bisschen blöd. Eben. Deswegen, das muss auf 3. Ich hab Siegfried an mein Hof geholt. Achso, ich muss natürlich noch mein Königreich jetzt umbenennen hier. Also ich seh schon, als nächstes gibt's dann hier ein Matriarchat. Ähm... Ich würd jetzt loslegen. 3, 2, 1... Ach, scheiße. Es geht ja mit Leertasten hier. Nee, du musst klicken. So, da existiert schon wieder Zebra als Land. Graf schafft Zebra. Wies doch Bescheid. Das müsst ihr euch ja auch noch machen, ne? Könnt ihr umbenennen. Müssen wir nur reinzoomen. Ich seh nur das gar nicht bei euch, bei deinem Land so genau. Ich seh's nur in meinem Land, die Aufteilung beim Zoom. Bei dir muss ich irgendwie reinklicken, damit ich's rausfinde. Wo du nach dir suchen. Ich hätt eigentlich eher nach China gemusst, wenn man Richtung Panda geht. Ja. So, jetzt ist ein bisschen die Frage, geh ich davon aus? Wo kann ich mein Reich umbenennen? Ähm... Du musst links unten auf deine Flagge klicken und dann kannst du es oben neben dem Namen... Erstmal Hexen verbrennen, das hört sich gut an. Ich hab schon ne Hexe vom Rand. Alter. Die wurde bei irgendwelchen dunklen Machenschaften mit Rabenfedern und Blut gefunden, ja? Die Dynastie... äh, die Dynastie umbenennen oder das Haus umbenennen? Ähm... Die Grafschaft des Land hab ich umbenannt. Also ich hab unten links auf die Flagge geklickt. Und dann hab ich mein... mein Grafschaftstitel umbenannt. Aber du kannst natürlich auch dein Haus umbenennen. Das ist aber noch was anderes. Ah, hier Name. Dein Haus kannst du natürlich auch umbenennen. So, ich spiel jetzt mit dem Bundesland. Mein Haus heißt jetzt Hauslinien und Motto ist, wir sind kein Strich. Kann ich die Priesterreise wieder wegklicken? Mit Rechtsklick kannst du Sachen öffnen. Äh, schließen. Nee, geht nicht, aber... Ihr habt derzeit weniger Konkubinen, als dass ich für jemanden eures Rangens geziemt. Okay, dann nehmen wir uns ein paar Konkubinen. Dir zum Beispiel. Nicht vom Goode gebilligt. Ja, das ist dein Geist-Typi. Den können wir übrigens nicht wechseln im Katholizismus. Ist ein bisschen blöd. Da musst du Glück haben, dass der eine gute Bildung hat. Ich hatte schon einen, der wurde mir zugewiesen mit zwei Bildungen. Was passiert dann, wenn du dem irgendeinen Auftrag gibst? Der patzt ständig. Der macht ständig irgendwelche Fehler und es dauert alles Jahrhunderte. Den hab ich einfach umgebracht im anderen Spielstand. Ähm... Hä? Ihr könnt den Titel Herzogtum von E.O.C. schaffen? Ich muss sagen, ich hab glaub ich doch gecheatet. Ich wusste nicht, dass Aachen auch ein besonderes Gebäude hat. Ich hab hier einen Aachener Königspfalz, der schon errichtet wurde. Ich guck weg. Ich krieg extra Prestige und extra Bekanntheit für mein Haus. Also es gibt mir zumindest kein Gold. Aber ich krieg trotzdem extra Sachen. Ich steh am Rande zum Tode. Was? Ja, das ist mein Sack. 55 und nicht. Hast du nen Erben? Ja, ich hab nen Spielereben. Tore, Kyoto und sohn Sachsen. Hä? Die Stadt Köln gibt's noch gar nicht. Bin ich verwirr... So? Bin ich daneben? Ist das ne Kolonja? Ist doch alles Englisch. Ne, ne, ist nicht bei mir. Bei mir ist alles deutsch. Ich hab das Spiel auf deutsch gestellt. Ja, ne, aber... Munich und so'n Scheiß. Und Drescheny ist ja auch Dresden. Na, Dresden gab's damals noch nicht. Das hieß noch Drescheny damals. Aber... Münster, Arlen... Es gibt ja... Es gibt ja die Grafschaft Köln, aber da find ich die Stadt Köln drin nicht. Ja, dann ist es vielleicht bei... Ach doch, Fürstbissuftum von Köln. Aber da... Hä? Okay, Köln hat dann doch kein besonderes Gebäude, sondern nur Aachen. Da hab ich mich vertan. Tja, bin... So kann's laufen im Leben. Ihr seid gestorben. Häuptling... Titte von einer oder einem Alter von 55 die Tür zur Geisterwelt durchschritten. Er lag seinen Verletzungen. Ach, weil ich von der Jagd verwundet war. Ja, wenn du verwundet bist, stirbst du eher. Häuptling Tore besteigt in Drohne, hat mehrere Fähigkeiten gemeistert. Seine Untertanen werden stolz auf ihn sein. Haben wir ein... Oh, hier 16 Bildung, du bist mein Hofarzt. Mein geistlicher Beistand ist auch mein Hofarzt. Ähm... Ich würd mal kurz pausieren. Ja... Mach einfach, wenn du pausieren willst. Ja, naja, bloß, dass ihr Bescheid wisst. Weil... Ich hab ja jetzt einen neuen und jetzt muss ich den... Ja, ja, alles wieder zuweisen, klar. Kann ich denn den, 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 ähm... Spielererben ändern? Gar nicht. Doch, wenn du mehrere Kinder hast, kannst du mit Rechtsklick auf deine verschiedenen Kinder gehen und kannst du Spielererben ändern. Klasse natürlich. Nee. What? Doch. Kann man? Wenn du mehrere Kinder hast, kannst du da sagen, nur der Höchstgeborene oder der... Also du kannst, du kannst Leute enterben, aber das kannst du erst, wenn du im Reich auf der zweiten Stufe der Lebensautorität bist. Also enterben kann ich, aber ich, ich kann nicht zu... Also ich hab den Spielererben noch nie geändert, ich weiß nicht, wie das geht. Und der andere... Ach so, das sind eh zwei Mädels, von daher scheiß drauf. Ich wollte eigentlich einen Jungen nehmen, aber... Der Junge wird automatisch immer genommen. Der, der erstgeborene Sohn ist automatisch immer der Spielererbe oder die erstgeborene Tochter, wenn's keinen Sohn gibt. Ich hab ne Frau, na, die ist schlau und wunderschön. What? Du Cheater. Hey komm, die hab ich verheiratet, ja? Die hat halt... Die ist vor allem auch schon schwanger. Hm? Du Cheater, ey. Läuft bei mir. Die kann zwar sonst nicht viel, aber die ist schlau und wunderschön. Ja, wie bei allen hübschen Frauen. Das ist übrigens auch noch so ein Rat, ne? Wenn ihr... Wenn ihr... Genau, was Xan vorhin meinte mit guten Stats, ähm... Wenn ihr keine vererbbare Eigenschaften kriegt, sind die Stats trotzdem für die Frau super wichtig, weil die euch ja am Rat unterstützt. Mhm. Und damit ihre Stats zum Teil auch auf deine angerechnet werden. Wenn die super hoch sind, kannst du richtig viel da rausholen. Deswegen ist es an für sich auch nicht verkehrt, eine zu nehmen, die ein bisschen ergänzende Stats zu deinen hat, wenn du Schwächen hast. Ja, oder wenn du halt einen bestimmten Spielstil machen willst, deins noch höher treiben, wenn du zum Beispiel, keine Ahnung, dann 30 in Diplomatie hast, kannst du alle überzeugen und quatschen. Und wenn das Beste ist, ja? Felix, du musst aufhören mit reden und machen und dann musst du auf Play drücken. Dann darfst du wieder reden. Ja, ein Runenstein errichten, der Vater in Ehren halten soll. Cool, kann man einfach so machen und bringt uns Frömmigkeit. Läuf! Kannst dich auch mit deinem Pfad überworfen haben. Dann will man das nicht machen. Zöll... Zöllibar, das Gelübde ablegen. What? Ja, du hast einen Mönch. Lumi, jetzt wo du weißt, dass wir im Föderlismus sind, solltest du vielleicht ein bisschen mehr auf dieses Geld-Lebenswandel gehen. Meiner hat schon wieder den Vorteil mit Hinterlistigkeit. Ja, du kannst trotzdem den Lebenswandel ja auswählen, dass er trotzdem auf Geld geht. Scheiße. Wenn ich 20% Bonus habe. Das ist nur 20%, das ist nicht so entscheidend. Ich würde wieder starten. Ja. 3, 2, 1. Zumindest nicht nach dem, was ich gehörte. Ja. Also, ich hab schon häufiger mal, grad beim ersten Charakter, auf das geschissen, was der hatte. Und das ging super. Hab mich damit sehr gut ausgebreitet. Kannst du auch durch die Ränkespiele und sowas Geld... Also, dein Reich erweitern und sowas... Ja, das Problem ist, dass Ränkespiel erst cool wird, wenn du goldene Pflichten aus dem Verwaltungspfad hast. Weil dann kannst du nämlich Druckmittel verkaufen. Und dann kannst du Druckmittel fingieren und die dann verkaufen, um Geld zu machen. Also... Ja, aber du kriegst ja später auch noch die anderen Pfade dazu. Du musst ja nicht zwangsläufig dann bei deinem bleiben. Ja, ja. Ja, du kannst aber immer nur einen gleichzeitig skillen gerade. Du behältst die Boni zwar aus dem anderen Pfad, aber du kriegst... Du kriegst keine Erfahrung. Ja, weil du schon 27 bist. Ja. Kurze Frage. Was bringen mir eigentlich die Kulturen? Kulturen beeinflussen, was du bauen kannst, ist sozusagen der Forschungsfortschritt. Ja, aber ich kann die Kultur doch gar nicht... Du kannst Kulturen wechseln. Doch. Du kannst Kulturen wechseln. Du kannst zum Beispiel, wenn du dein... Deinen Sohn hast, kannst du dem in... In... An einen Hof geben, wo du bestimmte Kultur vorherrscht und ihm sagen, er soll die Kultur wechseln. Ah. Als Mündel kannst du ihn dahin geben. Dann kannst du deine Kultur wechseln für den nächsten Charakter. Und du kannst glaube ich auch, wenn du eine Frau hast, gibt es manchmal die Option, die Kultur zu wechseln. Mhm. Ich mach erstmal mein... Mein Aussehen hier. Haarfarbe. Eine dunklere Haarfarbe. Eine dunklere Haarfarbe. Wenn ich nichts zu tun hab. Was ziehen wir ihm an? Westliche... Nee, westliche Rüstung ist Quatsch. Westliche Gemeinden. Haar. Was für ein Haar kriegt der? Hm. Eine Konkubine nehmen und dann versuchen sie zu ermorden. Wir kurz und wellig Bart. Das sieht man besser aus. Änderungen anwenden. Das hat mal kurz mein Charakter angepasst. Pass mal. Ja. Ja, ich hab eine Tochter bekommen. Kann man andere Leute denunzieren? Ich glaube, das musst du skillen. Aber theoretisch gibt's das irgendwie ja. Aber das kannst du glaube ich am Anfang noch nicht. Ich glaub da brauchst du erst eine bestimmte Menge an, ähm, entweder Prestige oder Dynastie Bekanntheit. Also dein... Ne? Mhm. Genau so. Was halt dein... Erst mit dem Baum. Diese Punkte, die du noch langsamer kriegst. Mhm. Das geile ist, ne Ben, der Zuspruch meiner Ehepartnerin liegt bei null. Ist doch gut, ist besser als minus 100. Ja. Ich mach erst mal ne Jagd. Gib ihm. Moment, ich bin im Krieg? Ich bin in nem Krieg? Mit Süditalien irgendwo. Ah ja. Ah, das schaffen die auch ohne mich. 4000 gegen 500, das kriegen die glaube ich hin. Hm. Hm. Ihr erhaltet 20 Schrecken. Hm. 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 Oder Jagd-Trophäe. Was krieg ich als Jagd-Trophäe? Prestige. Hallo John! Aber sowas wie Hallo sagen muss ich mich nicht muten, Lumi ist dann okay, oder? Gar nicht, ich meine ja nur wenn du in einer Tour Sachen erklärst oder sowas, aber vielleicht war ich jetzt einfach nur irgendwie genervt, oh Gott, stirbt mich das gar nicht. Wie geht's denn bei dir diesmal voran mit dem jetzt Neustart? Wenig wie beim Alten, aber es hat zumindest schon mal geholfen, das Tutorial zu lesen, aber es ist jetzt ein bisschen learning by doing. Wie viel Gold kriegst du denn aktuell? 2 Ist doch ordentlich für ein Start. Schon okay. Ja, und wie viel kriegt Felix? Warte. Gold schießt doch immer oben. Ich lese grad. Achso. Ich wollte hier ein bisschen Unterhaltung und so anfangen, aber es tut mir natürlich leid. Ich werd's nie wieder tun. Ich glaub Unterhaltung. Ja, ne, also meine Stadt wurde grad belagert und da wurden paar Höflinge grad getötet. Ich verarsch dich doch nur. Ja, ja. Dich auch lieb. Das ist ein bisschen schwierig, wenn man die ganze Zeit liest, was man machen kann. Der wär ein ganz guter Lehrmeister für einen Sohn, den ich hoffentlich krieg. Verlies machst du die fruchtbare Ische. Ja, die ist wunderschön. Es gibt bloß 30% Fruchtbarkeit. Ja, verstehe. Also da wird er halt immer freiwillig draufsteigen, wenn die wunderschön ist. Was ich nicht verstehe, warum kann ich beim Militär keine Räuber... Ach jetzt. Nee, hat sich erledigt. Hat sich erledigt. Du wirst wahrscheinlich deinen Bischof beeinflussen müssen als erstes Domi, wenn der nicht schon auf plus, keine Ahnung, 30, 40 wenigstens ist. Oh ja. Weil wir relativ abhängig von der Kirche sind mit Katholizismus. Weil der gibt den... Den Papst zu beeinflussen. Den Papst?! Was willst du? Direkt den Kaiserreich anzetteln mit zwei Grafschaften oder was? Logisch. Ich will den Papst einen Anspruch drauf geltend machen und deswegen mache ich Pilgerreisen und mache mich beim Papst. Moment, was hast du um dich rum? Bischofstümer. Meins und sowas. Das geht. Darauf kannst du den Anspruch erheben, aber da musst du beim Papst irgendwie... Lumi will Päpstin werden. Lumi macht den Roman nach die Päpstin. Lumi verändert den Lauf der Geschichte. Das kannst du auch anders machen. Du kannst doch auch deinem Geistlichen sagen, er soll Ansprüche fingieren. Dann kriegst du auch einen Anspruch auf eine umliegende Grafschaft. Ja, aber da kann ich Krieg führen. Ja. Du willst den Papst überzeugen, dir das Ding zu schenken. Genau. Richtig. Ich glaube, das ist für den Stadtcharakter, der auf Grafniveau anfängt, ein bisschen ambitioniert. Momentan bin ich nur 37 Minus, dass ich das kriege. Okay. Aber du hast wahrscheinlich irgendwie 20% Wahrscheinlichkeit, dass du dich überhaupt positiv beeinflusst, oder? Ich warte, ich muss jetzt mal kurz was lesen, weil das verschwindet so. Ja, mach das. Da hat sich einfach was vorgenommen. Wenn ihr meinen Dienst dazu gebetetet, bin ich nicht so wichtig. Also, ich bin... Der zieht dann den Hof und ich gewinne 20 Minuten. Ich bin der Meinung, das ist wirklich ein bisschen viel. Du hast manchmal einfach Events, wo dir deine Untergebenen andere Leute vorstellen, die sie als Höfling dir empfehlen. Das dauert natürlich alles ein bisschen, bis sie ins Rollen kommt. Hier so Sachen. Hat der Verbündete? Der hat sogar Verbündete. Fuck! Oh, geistiger Zusammenbruch. Was? Du hast dir Stress aufgehalst. Ne, das bisschen. Da muss aber schon vorher im Stress gewesen sein. Da hab ich wohl was übersehen. Ich dachte erst bei 300 kriegen sie den Zusammenbruch. Ne, alle 100 kriegst du die Stufen. Der hat 30 dazugenommen. Der hat keinen... Ich fingiere gerade einen Anspruch. Dann mach ich auch auf die Antwerpen jetzt. Ich will eins mehr. Ich will eins mehr. Ich will eins mehr. Was? Nicht der rechtmäßige Lebensherr, Lebenssteuer? Erstmal hier bis Gold eintreiben. Kann man eigentlich auch von leeren Ländereien Gold eintreiben, Ben? Oder wird das von den Städten? Von leeren Ländereien? Kann man von Städten eintreiben. Logisch. Was wolltest du jetzt sagen zum Papst? Ich bin der Meinung, es ist ambitioniert mit deinem... Mit unserem Level von Einstieg den Papst dann was zu machen. Bin ich einfach der Meinung. Ich denke, das kannst du anfangen, wenn du irgendwie auf Herzogtumniveau bist oder wenn du zwei Herzogtümer dann langsam deinen eigenen nennst. Aber vorher... Ja, aber das dauert ewig, das trotzdem zu beeinflussen. Wenn du nicht gerade schon... Woher du machst Pilgerreisen? Vergiss es. Aber die kosten ja auch Gold. Du nimmst das ganze Gold her. Gehst du voll auf Bildung? Was auf Bildung? Aber du bist doch auf Ränkespiel gegangen, oder Lumi? Ja. Aber Ränkespiel und diese positive Beeinflussung ist nicht das gleiche. Immer noch Diplomatie ist der Hauptwert für die positive Beeinflussung. Ja, aber das ist ja nicht schlimm. Haltung ist doch das wohl... Felix, du bist grad abgehackt. Ich hab schon wieder mit aufs Klo genommen. Ja, oder Rauchen. Schalt los ein Bierchen holen. Aber du bist trotzdem leider nicht mehr gut verbunden. Bärchen so und so. Ich krieg Hunger. Vorne ist was gegessen. Ich muss noch Abendbrot essen. Vorne zwei Brote geht das nicht vor. Gerade hab ich echt Hunger. Ja, ich geh dann noch Abendbrot essen. Weil ich hab mir ne Schoggi vorher reingepfiffen. Ich hab eine von deinen gegessen. Ja, ich... Nimm noch nicht deine Schokoladen durch. Ach so, ja. Ich arbeite nämlich so eine pro Tag durch. Felix, wir müssen feste Daten machen. Ich komm ab jetzt jeden Mai, um alles an Trockenprodukten abzuholen. Und jeden Dezember, um alles an Schokolade abzuholen. Trockenprodukte? Das fällt meine Chefin schon ab. Fürs Pferd. Na, ich meinte im Sinne von Dosen und Kram, die bei dir im Schrank vergammeln. Ach so. Es kann nicht sein, dass du Schokolade hast, die über ein Jahr abgelaufen ist. Doch. Die Schokolade schimmelt nicht. Ja, die schmeckt halt auch nicht mehr. Ich hab schon welche wegschmeißen müssen. Das ist echt. Als Schokoholik macht einen das wirklich sehr, sehr traurig. Oh. Ja. Ja. Deswegen musst du ab jetzt einmal im Jahr alle deine Schokolade an mich abgeben. Spitzwurr. Am besten halbjährlich. Hm. Ist klar. Ist klar. Ist klar. Was für ein Schuss nie gehört. Ich finde das nachvollziehbar, was Lumi da vorschlägt. Ähm. Weil ich hake es vor. Also von mir aus könnte man jetzt übrigens auch auf 3 ändern. Ich bin grad sehr ruhig. Du bist sehr ruhig. Aber mir passiert nicht viel. Oh. Oh. Ich bin zweifel irgendwie jetzt bei euch viel passieren kann ehrlich gesagt. Ich bin grad als Räuber geschlagen worden mit 500. Ich löse das mal lieber auf. Oh geil. Schön erziehen lassen. Führer. Er hat null Kampfgeschick hier einer. Und hat genau eine Grafschaft. Ja du bist aber ein bisschen Opferlamm hier. Für mich. Luxemburg ist ja auch hier in der Gegend. Ich bin sowas von bescheuert. Ich hab als Eigenschaft ehrlich, aber Ränkespiel als Lebensding. Ja. Deswegen sag ich ja scheiß auf Ränkespiel. Und spiel einfach den anderen Tree. Ist das blöd, weil der schon so weit vorne ist. Die Uni behältst du doch. Scheiß doch drauf. Scheiß doch drauf. Aber du kriegst ja durch die Lebens... Hm? Hm? Hä? Wollt ihr irgendwas sagen? Ich hab's nicht mehr gehört. Bei mir spielt vorbei. Ne bei mir nicht. Doch, weil Berengar der ehrwürdige Vaters hat alle Titel verloren. Kein Landbesitz mehr. Ja, offensichtlich ging da was schief gerade. Ja, da musst du jetzt... Ich hab mal pausiert. Du musst jetzt einen anderen Charakter nehmen. Du hast gerade schon deine Sachen verloren. Was? Wie zu... Ich kann eine Anspannungsstufe erhalten. Ich kann nicht lesen woran es liegt. Ich würde es gerne irgendwie... Ich hab's grad pausiert. Nachvollziehen? Ja, zeigt er mir aber nicht an. Wo warst du? Und Ben, wo bist du eigentlich? Du kannst einfach mal rechts unten wieder Spieler machen. Ja. Lumi ist halt jetzt schon raus. Bei mir siehst du, ich bin in Lothring. Ich vermute mal, du hast eine Anspannungsstufe gekriegt und richtig viel Pech gehabt und du hast dich einfach selbst das Leben genommen oder sowas und hast noch keinen Erben. Das kann natürlich sein. Also keinen Spielbahnerben und wahrscheinlich die Tochter ist dann... Geh doch, geh doch, geh doch. Lumi, wie viele Länder rein hattest du? Zwo oder so, das war nicht viel. Wie gesagt, aber ich würde es halt gerne verstehen. Also die Anspannungsstufe, du hast ja vorhin gesagt, du hast schon eine bekommen. Und wenn du sagst, du hast links steht wieder, dass du eine bekommen hast, du hast die zweite bekommen. Ich weiß nicht, dass bei der zweiten besteht. Ich finde die erste, die Events, die da passieren, schon echt schlimm. Teilweise. Und gerade wenn du auch sagst von wegen, ach ich halte das aus, ich lass mir keine negativen Eigenschaften geben, kriegst du gerne nochmal 50, 60 obendrauf. Auf die Hunde, die du schon hast. Ähm, Lumi? Ich kann wieder als Beringer einsteigen. Du kannst auch nichtfalls nach Nordirland gehen. Nach Miet. Die haben auch zwei Dörfchen. Da kannst du erstmal in aller Ruhe Nordirland einnehmen. Oder Irland. Ja, jetzt darf ich mich mal selber hier durchlesen. Moment mal, bei mir steht... Äh, ne, ne, Moment mal, da wird ganz anderes passiert. Montaigu ist gerade entstanden. Das ist ein ganz anderes Land. Das komplette Land wurde übernommen. Montaigu? Achso, ja. Ja, Graf Hashtain hat komplett alle, hat alle Grafschaften inne, hält die auch selber 62 Titel. Von dem gesamten, wo du gerade vorher Vasall warst von, Lumi. Das heißt, er hat jetzt einfach quasi das... Ein Wikinger hat das Ding eingenommen. Und das heißt, ich bin da einfach raus. Ohne dass... Du wurdest... Wurdest mehr oder weniger enteignet. Und wenn du kein Land hast, darfst du nicht weiterspielen. Ben, guck mal. Guck mal auf die militärische Stärke. Ja, der hat 10.000 Mann, ich sehe es gerade. Der hat ein bisschen übertrieben, was da passiert. Wow. Der hat noch einen Verteidigungskrieg gegen Lusazia oder sowas. Ich glaube, ich mache eher eine Beeinflussung auf den, als auf meine Kongobinen. Vor allem, wo kommt der her? Es ist einfach aus nichts ausgetaucht und ich bin raus aus dem Spiel. Vor allem, der darf vier Besitztümer haben. Der hat 62. Warum hat der irgendwie 60 Besitztümer bekommen? Gerade auf Einschlag. Geil, ich kann meine Tochter Eins mit seinem Sohn vermehlen. Das mache ich mal. Also, Numi, ich vermute, du musst dir einfach einen anderen Ort suchen. Wenn wir hier weiterspielen, würde es sich auch gleich wieder aufteilen. Dann würde er wahrscheinlich seine Besitztümer an ein paar Seilen aufteilen. Du könnt auch das machen, dann nimmst du einen davon. Weil der kann die ja auch nicht halten, wenn der 62 hat von vier. Musst nur wissen, ob du jetzt direkt was nehmen willst, was anderes, oder? Wenn ich jetzt hier warte, dann ändert sich die Lage der Karte, oder was? Ja. Wir haben ja auf Pause gerade. Also, ich habe gerade auf Pause. Aber wenn wir weitermachen, müsste er das an seine Vasalen verteilen. Hat er nur noch nicht gemacht. Mach mal weiter. Okay, machen wir weiter. Ich bin... Ich glaube nicht, dass er das weiter verteilen wird. Muss er. Der hat 62 von 4 als Schwelle. Der ist nämlich noch Graf. Oder er muss sich zum König an nennen, oder so. Was ist das eigentlich? Ich habe gerade einen Heiratsvorschlag gemacht. Meine Tochter ein Jahr alt mit seinem Sohn acht Jahre alt. Okay, die Geschwindigkeit kann ich nicht ändern. Die kannst nur du als Host ändern. Das habe ich mal probiert. Okay, dann nehme ich jetzt einfach ein Web-Dings-Turm. Naja, sag Bescheid, wenn du was nimmst, dann würde ich auf Pause stellen. Jetzt hat er sich zum Jarl ausgerufen. Das ist eine Stufe hoch. Ich habe mal kurz auf Pause gedrückt. Ja, aber das ist... Der hat es noch nicht verteilt. Der hat sich einfach nur zum Jarl ausgerufen. Ähm... 63 Titel mittlerweile. 62 von 4 steht bei mir immer noch. Ich blick nicht mehr durch. Wir lassen es gerade weiter laufen. Wir müssen dann bloß sagen. Ja, der hat sich halt einen Titel hoch ausgerufen. Aber das ist echt komisch, dass es nicht mehr passiert. Ja, dann würde ich sagen, pausieren wir... Ich kann aber noch Kinder oder alles, ne? Also, ich existiere noch. Aber ich habe halt kein Land mehr. Ja, du hast halt... Genau, du hast halt noch keinen neuen Charakter ausgewählt. Du kannst ja nichts mehr tun. Theoretisch. Du kannst ja jetzt zugucken. Also, ich würde sagen, du nimmst einfach irgendein anderes Land, was in die Größen-Kategorie passt. Aber wer ist denn der Gegend? Da ist immer noch Jarl, ne? Ja, er müsste eigentlich noch eins höher sein. Jarl ist das... Ist sozusagen der Herzog von den Nordmännern. Weiß nicht. Das ist echt merkwürdig. Vor allem, dass er halt auch einen Schlag alles... Ich würde es jetzt aufteilen, dann nehme ich irgendwas Kleines davon. Ich kriege das gleiche direkt wieder, bloß unter einem anderen Charakter. Bei dem Auswürfeln von unserem RNG hat es wahrscheinlich einen Eroberungsfeldzug auf das Königreich gemacht. Und der war halt kurz vorm Gewinn schon und hat dann einfach gewonnen. Hm. Ben, kannst du dann weiter... Felix kannst du dich weiter laufen lassen. Achso, okay. Du kannst auch weiter laufen lassen. Ja, mach du. Das Reich erben. Felix will das Reich erben, ja. Der hat aber auch 28 Kriegsführung, der Typ. Hast du mir das jetzt eigentlich was genommen? Kann man nicht entscheiden. Meine alte ist schon wieder schwanger. Ja. Wie gesagt, die hat halt eine Fruchtbarkeit, wie so ein Kaninchen. Schwanger, Kampfgeschick minus 2. Oh, what the fuck. Schlau und wunderschön, ne? Keine Ahnung. Ich habe übrigens auch hier ein Bischof-Turm. Dann habe ich da noch einen Bischof. Und dann gehe ich vielleicht irgendwie links. Hier noch einen Bischof. Mein kleiner Junge ist wunderschön. Also, ich habe hier mehrere Bischöfe um mich rum. Ich habe, glaube ich, drei Bischöfe um mich rum. Ich gehe jetzt in siehe Frankreich nach... ...Sens. Keine Ahnung. Nach Westfranken. Ach, scheiter. Sens ist das mitten... ...mitten Frankreich. Ja, ich sehe es gerade. Aber das Reich heißt Westfranken. Lass mal Kind unterrichten. So. Spielern. Graf Wels. Lumi ist Graf Wels. Ja, da muss man wahrscheinlich mal pausieren, damit du alles noch einstellen kannst. Ja, nee. Mach's auf langsam weiter. Also, du hast keine Lust, dass es ewig dauert. Ich glaube, langsam ist es das zweite, was Blumi meinte. Zwei von fünf. Ja, aber es läuft. Ich habe mal weiter gedrückt. Ich habe auf zwei gestellt. Ja, ja. Wir sehen, Felix. Wir haben Augen im Kopf. Nee, wir haben Augen im Kopf. Augen im Kopf. Haben wir. Haben wir. Okay. Hier wird wieder irgendjemand angegriffen. Oh, oh. Oh. Mein Lehnselner wird angegriffen. Und ich bin am äußersten Rand. Nöööö Moment die Antwerpen sind ein Nachbarland. Ähm. Ups. Kindheit wichtig am äußernden Rand. Das ist nicht so cool. Man, wir haben aber 4000 gegen 2000. Tausend. Leute. Leute. Etwas Zeit. Ein bisschen noch was anzuwerben. Und dann kämpfe ich damit. Muss ich mal gucken, wo mein... Was anzuwerben in Antwerpen? Ne, gegen Antwerpen tatsächlich. Was ist denn das für ein Krieg eigentlich? Moment, das ist ein Unabhängigkeitskrieg. Ach nee. Das ist einfach ein eiskalt ein Unabhängigkeitskrieg. Holland will unabhängig werden. Und was ist denn das eigentlich? Lothringen. Kann ich jetzt irgendwie nachvollziehen, muss ich ehrlich sagen. Können mich wahrscheinlich der Fraktion auch anschließen. Ach nee. Doch. Ihr könnt keiner Fraktion beitreten, die sich im Krieg befindet. Ach man. Mann. Mein, wer ist denn das ja alles? Holland. Schon wieder ein Kind. Anna, ja. Machen wir Anna. Anna, sagst du. Antwerpen. Ne. Das ist alles Holland wahrscheinlich da oben irgendwo drin. Wo kommst denn du hierher? Wie kann ich meine Keuschheit wieder ändern? Keuschheit? Gar nicht. Wow. Wenn du die Eigenschaft Keusch hast, hast du die Eigenschaft Keusch. Nein, nein. Ich bin Zölibataire. Ich habe Keuschheit geschworen. Auch nicht. Oh, Lumi. Das Spiel ist ein Mönch, der keine Kinder kriegen darf. Ich darf doch nicht Ehepartner suchen. Und ich bin ein Graf und kein Mönch. Ja, aber du hast trotzdem jetzt geschworen, dass du wahrscheinlich, wenn du den Zölibat brichst, kriegst du Abzug beim Papst. Das ist nichts mehr mit Papst beeinflussen. Der ist eh vorbei mit Papst beeinflussen. Ich bin jetzt ja ganz woanders. Aber wie kann ich denn das... Keine Ahnung. Wahrscheinlich einfache Ehepartner suchen und dann mit einer Frau schlafen. Wenn das bekannt wird. Ich kann keine Kinder bekommen. Ja, dann kannst du keine Kinder bekommen. Herzlichen Glückwunsch. Willst du nochmal einen Charakter wechseln? Also ich meine, jetzt mal ernsthaft. Ja, ich wechsel nochmal. Soll ich mir anhalten? Nein. Komme ich hier wieder raus? Kann ich das irgendwie... Rechtsklick einfach und dann auf Charakter wechseln. Mehrspieler Lobby Charakter wechseln. Er kann nicht rechtlich. Escape, Entschuldigung. Escape. Dann auf Mehrspieler Lobby Charakter wechseln. So, da gehen wir zu dem. Der hat zumindest schon mal ein Kind. Das heißt, er hoffentlich nicht keusch. Wisst ihr, wie ich meine Sachen hab? Sie Mark Sachsen. Was? War es dein Land genannt? Sie Mark? Und dann Sachsen, Alter. Okay. Warum sind wir so schnell? Sehe ich in die Geschwindigkeit von einer Armee? Sie Mark Sachsen. Oh, sehe ich die Geschwindigkeit von einer Armee? Was müsste ich schaffen? Chancen ausgeglichen. Hä? Ich hab 200 Leute mehr. Bei 500 Leute gesamt. Warum sind die Chancen da ausgeglichen? Öl-Schlacht-Phase. Und ich hab Bogenkämpfer. Okay, gepanzertes Fußvolk. Das gewinne ich doch. Haus hoch hier. Meine erste... Erste Schlacht schon mal gewonnen. Ich hab grad Kathelisch gelesen. Das erinnert mich grad wieder an Serdar Somunjo. Kathelisch und Evangelisch. Und was macht denn mein... What the fuck? Macht mein... Kinder hoch. Belagern. Oh ne, wir haben nicht mehr genug Leute für Belagerung. Fuck. Ich glaub nicht, dass ich hier irgendwas belagern kann, oder? 177... Ne, wo steht das drin? Wie viel? Garnation 250. Boah, das wird knapp. Garnation 350. Das wird sogar noch mehr. Ja. Das ist okay, ne? Also mit der, die das, haben die das in dem Spiel nie wirklich... Nee, du wirst es so... Im Abendessen habe ich mir gezielt einen Sitzplatz neben der heiteren Häuptling Gioa ausgesucht. Der hat mich in ein Gespräch zum Thema. Das erste, der war noch richtig. Das zweite halt nicht mehr. Also die Übersetzung im Deutschen ist grad in Detail Sachen, ist nicht ganz so wahnsinnig gut. Aber die Beschreibungstexte, wo es um die Tooltips geht, was passiert, das ist passend übersetzt. Alter, der hat mir schon das nächste Problem-Ding geholt, ey. Wieso, was hast du jetzt bekommen? Ja, Eugling Gioa wird eine Affäre. Keine Ahnung, der hat... Keiner mag ihn. Keine seine Städte mag ihn. Das ist normal. Das ist im Minus. Also das... Du kriegst selten was, was richtig gut funktioniert. Also gemocht wurde ich zumindest in den letzten zwei Reichen ordentlich, aber gut. Egal. Ich hab... Ich hab ne Affäre. Boom. Schön. I guess. Götti, zu uns. Ich hab ne Affäre mit meiner Ehepartnerin. What the fuck? Ja, du kannst mit deiner Ehepartnerin eine Affäre haben. Das ist korrekt. Keiner Scheiß. Dies ist korrekt. Du kannst eine Affäre mit deiner Ehepartnerin haben. Such mich in meinen Gemächern auf, hey. Das ist mein Schnappzimmer. Schwinde. Ah, jetzt haben wir hier Sieg für den ganzen Kram. Auch hier unten greifen die auch noch an. Da unten waren die anderen Teilnehmer von dem... Oh Gott. Ja. interner Krieg und so. Wo seh ich was, ähm... Äh, wer, ähm... Verbündete hat, wie, wo, was... Und wenn du auf denjenigen klickst und dann unter seiner Diplomatie siehst du die Verbündeten von denjenigen. Diplomati... Ich finde, wir sollten erstmal maßträcher Verträge aushandeln. Hä? Wo seh ich meine Anspannung? Links unten. Oh ne, das ist der Kopf mit dem Balken daneben. Ja. Über deinem Charakter. Hm. Sie sind hier alle mit allem und jedem Verbündeten. Das ist ja kacke. Ah, den kann ich einnehmen. Der hat über 87 aufgeboten. Ah. Jetzt darf ich das hoffentlich. Gucken wir das nochmal. In den Krieg beitreten. Ich hoffe, jetzt darf ich hier. Bekanntschaft wurde gefangen genommen. Feinde treten aus Krieg aus. Ah, jetzt darf ich auch belagern. Haha. Darf ich mal... Natürlich blöd, das habe ich schon in eine Schlacht geschlagen, ohne dem Krieg anzugehören. Dadurch kriege ich dann am Ende, wenn der Krieg aufgelöst wird, nichts davon. Blütsch natürlich bläht. Ich brauche mal sieben Monate zum Belagern. Dauert ein bisschen. Hm. Ohne Belagerungswaffen, in Burgbelagern ist irgendwie kacke. Reifung, fahrt an. Diplomatie wird eure Gräfin. Das ist ein Glücksfall. Moment, ausgleichen. Wirklich 16 Diplomatie. Das schützt mich mal mit höfischer Politik, bitte. Dann würde ich hier... Ich greife gerade Förderland an. Viel besser. Förderland? Er hat keine Verbündeten. Hörderland. Er hat keine Verbündeten. Und... ...treift dort... ...an und... ...verteidigt, oh grad. Das ist, ähm... Ne, der verteidigt gegen dich. ...verteidigt halt gegen dich, oder? Stamm von Zillia. Hä? Zillia ist doch... ...bei mir, warum... Hä? Ach nee, das ist wieder eine andere Flagge. Und Astra Agir. Wüsste mit dem ja auch schon im Krieg. Das meine ich mit... ...du, der verteidigt gegen dich. Angreifend verliert er und gegen dich verteidigt er. Das steht schon drin. Aber hat er nur so 116 Leute gerade, die er zur Verfügung hat. Die ist schon korrekt. Oh, ähm... Ich hätte vielleicht dahin gucken sollen, wo ich belagert hab. Ähm... Weil da ist vielleicht eine Armee hochgekommen. War ich abgelenkt. So, ich verliere ich den Kampf. Der hat gerade nur 116 Leute, genau. Dammit. Höfling Henry wurde gefangen genommen. Nein, das war doch einer. Ach, das war mein Ratsmarschall. Was, von dir jetzt, oder? Ja, haha. Nein. Der war mein Kommandeur und mein Ratsmarschall. Der wurde jetzt gefangen genommen. Warum kommen die denn auch zurück, wenn die da unten irgendwo fighten? Ach. Nicht von mir. Was, von dir? Nee. Ich sehe nicht... Aber in dem Moment, wo du sagst, der wurde eingekerkert, kerkern die bei mir hinein. Ich sehe doch nicht, wer bei dir gefangen genommen wird. Meine damit bei mir. Was ist denn? Bei mir wurde meiner... Wie ist denn, Kira? Kriegst ein Leckerli. Komm. Wupp, wupp. Ich hab Leie. Achso, weil das dort über die Brücke soll. Kleine zusätzliche Länderei. Ja, die Länderei, die ich mir eigentlich einverleiben wollte, beziehungsweise wofür ich jetzt schon den Anspruch bezahlt habe, die ist gerade in einem Unabhängigkeitskrieg. Das ist ein bisschen blöd. Läuf bei dir. Ich reduziere Brüste auf ihre Frauen. Oh, nee. Ich hab ne keusche Frau. Oh Gott. Ich muss dringend was mit der machen. Ja, amorten oder scheiden. Nee, ich muss Liebesdinge entgang... Null... Nein. Feige mag es sadistisch nicht. Ich krieg keine Kinder mehr. Ich krieg keine Kinder mehr. Feige mag es sadistisch nicht, steht da. Ich hab 0% Chance. Hat der Benni das schon vor, der zusammentritt, erzählt du mir? Nee. Feige mag es sadistisch nicht, gibt minus 90. Moment, ist wohl das nächste Ratsmitglied verstorben? Können die mal aufhören, meine Ratskanzler zu töten? Was soll denn das werden? Oh no, das wollte ich nicht. Fria erhielt die Eigenschaft schwanger. Viertmal, what the fuck? Die ist zum vierten Mal schwanger. Jetzt werde ich halt hier rum belagert. Es ist auch wieder sowas, ne? Jetzt bin ich dem Krieg beigetreten, obwohl sie unten die ganze geknüppelt haben. Jetzt wird meine Stadt belagert. Na, schönen Dank. Ich dachte, schön, ich kann da mit rein... Blunzen? Nope. Kriegspunkte durch gehaltenes Ziel? Unabhängigkeitskriege, Kriegspunkte durch gehaltenes Ziel? The fuck? Wird eigentlich irgendwann noch eine Armee? Nee. Ah, zumindest kriege ich gleich wieder schneller Geld. Jetzt... Bei mir kommt gerade eine Armee mit Größe von einer Person an. Und die ist mit einem Schiff gefahren. Schiffe bauen kostet Gold in dem Spiel. Ah, schön. Also wirklich, Schiffe bauen kostet Gold. Oh, Mann, ey. Oh, Gott. Königreich Sachsen. Sachsen hat in... Inhouse mehr. Oh, ho, ho, ho. Ho, 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 ho. Erfurt Geheimnis von Bürgermeister. Okay. Wieder was sagen, kann ich doch gar nicht haben. Ah, muss ich den jetzt beeinflussen. Also ich habe den Verdacht, ich werde ohne Erben sterben, dann werde ich auch wechseln müssen. Wobei, ich habe einen Spielererben. Den habe ich nur... Der ist eine Frau. Kannst du immer nicht viel machen mit. Dann ist nicht viel zu dir. Ich nehme gerade das nächste ein. Deine Frau ist schwanger. Er lagert. Deine Frau ist schwanger, hat es den Glückwunsch, Lomi? Nein, mal hin. Schon alles andere, was schief geht. Hey. Du hast wenigstens eine Frau, die schwanger werden kann von dir, ja? Meine will nicht mal mit mir in einem Raum sein, habe ich so das Gefühl. Was ist denn mein Unabhängigkeitskrieg, das Kriegsziel? Ja, gut, also ich kann jetzt nicht viel tun. Aber hier weggehen, ohne auf die Toilette gehen, ist auch nicht drin. Das ist von mir aus, können wir wieder schneller machen. Von mir aus auch, hm? Von mir aus nicht. Okay. Kannst du bei drei nicht mehr kämpfen? Nee. Du hast dich doch schon ausgeweitet. Mit wem kämpfst du jetzt schon wieder? Mit dem nächsten. Ähm, kleiner Hinweis, wenn du zu schnell wächst, hast du ganz schnell Bauernaufstände und die sind gar nicht so niedrig. Aber du kannst natürlich erstmal probieren. Bei drei müsste es noch gehen. Ich warne dich nur, bevor es zu spät ist. Weil die Feinde treten aus dem Krieg aus, weil sie gefangen genommen werden. Das klingt logisch. Hä, warum ist denn jetzt wieder alles eingestellt? What the fuck? Eingestellt? Naja, der hat die Belagung, der hat mit der Belagung hier aufgehört. Weiß ich nicht. Ich meine, ich hab was zum Fernsehen gucken. Boah, ich hab keine 105 Gold und jetzt kann ich, ähm, nicht der rechtmäßige, rechtmäßige Lehnseher werden? Fürst von Rogaland werden. Ist aber auch nicht so schlimm, nicht der rechtmäßige sein zu müssen. Ach so. Ha. Ich kann natürlich auch ins Minus gehen. Das außerdem. Du kannst dich verschulden. Ich komme jetzt gleich aus meinen Schulden wieder raus. Ich wurde gegen meinen Willen vom Häuptling Hagen festgenommen und ich muss mal kurz pausieren. Das passiert gerade sehr, sehr viel bei mir. Also ich hab hier in... Dann gehe ich aufs Klo. So, da bin ich wieder. Bb. Hast nichts verpasst. Hab ich mir schon gedacht. Spannend. Ich glaube, ich hab eine Länderei verloren. Du hast einiges verloren. Du hast zwei Ländereien verloren, die du gerade eingenommen hast, die beiden. Häuptling Harkon Gürzason von Naudelphiki. Du musst nicht ein bisschen aufpassen. Da oben ist viel mit hier Häuptling und wir mögen dich und wir stimmen darüber ab, ob du das behalten darfst. Das hast du halt im Feudalen nicht. Das ist da oben ein bisschen anders. Ich verstehe nicht so ganz, warum die Stadt von Montbart in meiner Grafschaft irgendwie mir nicht so ganz zugehört scheint. Du hast vielleicht einen Basal. Klick mal auf deinen Herrscher und dann auf den Tab Basalen links unten. Ich hab da einen Basal, ja, aber... Ja, der wird die Stadt, äh, unter seinen Fittichen haben. Warum? Weil ich irgendwie das Gefühl hab, ich hab von der Stadt nix. Ähm, wenn du ein Basal, also wenn eine Stadt unter einer Basalenherrschaft ist, kriegst du nur wenige Prozente von den Steuern und so weiter. Kann ich den absetzen? Ähm, kannst du, glaub ich, auch irgendwie skillen. Hört aber, glaub ich, auch wieder zur Verwaltung in dem Fall. Wenn der mich mehr mag, krieg ich dann mehr Steuern? Hm, wenn der dich mehr mag, würde er auf jeden Fall keine, ähm, keine Allianz gegen dich machen, um dich abzusetzen. Aber ich glaube nicht, nein. Hm. Das funktioniert nur bei der Kirche, dass du mehr Steuern kriegst, wenn er dich mehr mag. Aber du kannst in dem Verwaltungstree, kannst du halt skillen. Hm. Dass du mehr Sachen kriegst. Was? Kirar. Aha. Ich würde Leute an meinem Hof rekrutieren können, die gesinnvolle Werte haben, bitte. Ich will nicht jemanden mit Pfeer, Diplomatie oder so einstellen. Aber das ist ein mächtiger Basal, der will eigentlich, dass ich ihn einstelle. Boah. Aber er ist gleichzeitig eingeschüchtert, weil ich einen schrecklichen Ruf hab, weil ich sadistisch bin. Das ist relativ, äh, hilfreich an der Stelle. Was mit meiner, what? Ich glaube, ich krieg weniger Steuern. Ah, das ist krass, wie viel Steuern das wegzieht. Wenn man eine Hundertschaft hat, die man mehr unterhalten muss, kann ich mir einfach noch nicht leisten. Ich kann die mir einfach noch nicht leisten. Ach nee, Freya, meine Konkubine ist, ähm, schwanger. Felix drauf, ja, Frauen noch in Löcher haben, ey. Mhm. Wir sollten alle da hochziehen und gegen Felix stimmen, damit er alle sein Land verliert. Wenn seine Kinder... Du sollst mal versuchen, mein Ereignis in den Griff zu kriegen, bevor ich hier irgendwas mache. Die hassen mich alle. Moment, wo bist du, äh, 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 jedes Jahr? Da. Boah, du hast doch nur eine Grafschaft. Du hast ein bisschen sehr klein gewählt jetzt vielleicht, meinst du nicht? Wir haben doch gesagt, wir machen eine Grafschaft. Ja, aber wie. Also ich hab zwei. Und Felix hat, glaube ich, auch zwei in seinem Startding gehabt. Zwei. Also sie haben ganz am Anfang gesagt, wir nehmen eine Grafschaft. Ich hatte ja vorher auch schon nur eine. Ja, aber da haben wir gesagt, wir finden nicht für jeden nur eine, dass es halb nicht noch beieinander ist, da wär zwei auch okay gewesen. Ne, gut, jetzt hab ich halt nur eine. Dann willst du jetzt nächstes Mal was anderes aussehen. Wobei das dort in dem Bereich generell ganz viele Leute gibt, die nur eine Grafschaft haben. Ja. Und wir vielleicht hocharbeiten. Hochschlafen. Ich wollt's auch sagen. Ich wollt genau das gleiche sagen. Ja. Das hab ich gemerkt. Lumi schläft sich hoch. Aber hat der jetzt eigentlich nur so viele Truppen? Er hat uns... Ach, der hat jetzt einen Verbündeten. Jetzt ist schon wieder mein Ratsmarschall tot. In einem Übungsgefecht diesmal. Das ist doch nicht, aber... Boah. Moment, mir wurde gerade gesagt, mein Ratsmarschall ist tot. Und mein Ratsmarschall lebt noch bei mir. Ähm. Oder wurde das instant neu besetzt. Du bist aber... Klein. Hier ist du. Untertitelung. WAYNE Ich brauch Jolt. Übrigens, Leute an meinem Hof mögen mich auch nicht. Der Basal hat irgendwie minus 97 Meinung von mir. Minus 69 nur noch, aber trotzdem. Macht mal ganz entspannt. Von wegen euch hassen alle. Ganz entspannt. Wenigstens mag mich jetzt langsam mein Bischof. Kriegst du ein bisschen Geld von ihm dann für den Tempel, der auf deinem Gebiet steht? Oder das Bistum, das auf deinem Gebiet steht? Ah, ich hab wieder ein Kind. Aber ich glaube, es steht gar kein Tempel auf meinem Ding. Ja, aber ein Bistum oder sowas, sonst lohnt es sich nicht. Also, du hast doch jetzt eine positive Meinung von dir, oder? Ja. Dann geh mal in deine Ratsansicht und da hast du rechts unten die Bischofsmütze. Wenn du da drüber haust, siehst du, was du von ihm kriegen kannst und was du aktuell kriegst, wenn du eine positive Meinung hast. Wow. Steuern null von möglichen null. Ja, dann kannst du dir weitere Bezürzungsversuche sparen. Außer, dass er dir dann ein bisschen effektiver hilft, bringt das nichts. Wenn man Krieg beitritt, muss man dann zwangsläufig daran teilnehmen? Ja, meinst du es mit Truppen hinschicken? Nee. Aber kann natürlich sein, dass andere zu dir kommen. Außerdem verliert dann der, dem du theoretisch hilfst, unter Umständen, was er nicht eingeplant hatte. Wieso bin ich denn schon wieder in einem Be... Hä, immer noch Befreiungskrieg verteidigend? Ist ja nicht schon längst vorbei? Oh meinst, was? Was? Achso, wie... Mein... Mein Lehnsherr ist verbündet mit dem byzantinischen Kaiser. Und das byzantinische Kaiserreich hat den Befreiungskrieg intern. Deswegen bin ich in einem Krieg. Ich habe mich gerade gewundert, dass sich plötzlich irgendwo im byzantinischen Reich irgendetwas zu bekämpfen hätte. Hat mich irritiert. Äh, das... Jari. Alli, hallo. Wenn ich dem Papst mein Kind als Mündel schicke, ist er hinterher verschreckt. Und verliert die Meinung von mir. Also irgendwie... Wie bitte was nochmal? Was ist bei dir? Also ich kann dem Papst mein Kind als Mündel anbieten. Ja. Ah, vergiss es. Weil dein Mündel irgendwie sündig ist oder sowas? Ähm... Vergiss es einfach. Ich habe die Rechnung unten falsch verstanden. Okay. Das passt. Wieso fragst du, wie man das Spiel spoilern kann? Habe ich das irgendwo reingetackt? Reingetackt. Den wirst du eigentlich auch noch kennen. Kari? Keine Knete. Ne, sag mir nichts. Wir haben doch mal zusammen Dota gespielt, oder? Ah. Ja. Ähm. Wie hieß... Die allerersten. Ja, ja, ich weiß. Das ging noch nicht... Lief noch nicht so gut. Dann hatte ich keine Lust mehr auf Dota. Ja, ja. Aber du müsstest... Genau. Erinnerst du dich noch an... 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 Ich erinnere mich noch an keiner auf jeden Fall. Aber du jetzt... Genau. Keiner warst du. Ich wusste nur den Namen nicht mehr. Ich habe mich noch daran erinnert, aber der Name ist mir entfallen. Keineck. Was? Keine... Keine Knete. Das ist ja der Witz da dran. Ah. Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Richtig. Weißt du, ob du total abgelustest hast? Ja, ich doch auch. Wir alle. Hi. Lumi... Lumi hat aber durchgezogen, Keineck. Sie hat inzwischen fast 3.000 Stunden Dota. Und ich bin immer noch genauso schlecht wie vorher. Also es hat sich nichts geändert. Ja, witzig. Software. Weißt du, dass Delaine und ich jetzt ein paar sind? Wenn ich das erste Mal den Cheat öffne, dann kommt es mit dem Nichts spoilern. Vielleicht, weil es ein paar versteckte Events gibt oder sowas, damit man es nicht spoilern kann. Keine Ahnung. Ich habe das schon genommen, weil du ihn ja auch kannst. Ach, nee. Wenn ich den Chat öffne, dann kommt es mit dem Nichts spoilern. Und ich glaube, das ist, weil ich den Tag ausgewählt habe, das ist von einem anderen Spiel. Nee, habe ich nicht. Das ist, glaube ich, das ist nur meine generellen Chatregeln. Auch für andere Spiele. Weil ich auch manchmal Story-Spiele spiele. Seid ihr noch da? Ja, aber wenn ich mich jetzt mute, wenn ich mit dem Chat rede, dann rede ich einfach mal mit dem Chat. Ja, Entschuldigung. Hatte ich vergessen. Ich bin noch da. Ich hatte nur gerade jemanden im Chat, der was gefragt hat. Also, das ist bei dem Spiel nicht so der Fall, aber bei anderen Spielen, die Spiele spielen, nicht immer nur das Spiel. Ich habe zum Beispiel Cyberpunk gespielt vor kurzem und da wäre halt wüt gewesen, zu spoilern. Wie bitte, Felix? Wo sieht man eigentlich den Ruhm? Äh, neben dem Gold direkt. Prestige nennt sich das. Das ist die Krone. Haben da ja auch Ruhmstufe. Ja, wenn du mal auf deine Krone draufhältst, steht da auch die Ruhmstufe. Ich bin zum Beispiel bekannt und du bist dann wahrscheinlich schon hervorgetan, da ist deine Krone schon so Platinfarben geworden. Uh, ich habe einen Anspruch von Luxemburg bekommen. Lohnt sich das? Der hat Verbündete. Aber die haben beide keine Armee. Ja, was machst du denn da? Ebenwürdig. Schon wieder schwanger auch. Der hat halt auch keiner. Echt wie so ein Kornnickel. Ach, alle keine Armee. Aber Luxemburg hat... Wie viele Städte Luxemburg hat? Und die ist jetzt aus, kann ich jetzt hier... Wie viele Städte Luxemburg hat? Luxemburg wäre fürs Gold, dann komme ich gut zu kriegen. Ben, mein teurer Freund vor zwei Jahren versprach dir mir, mich in mein Kriegsbemüge zu unterstützen. Und doch habt ihr bislang nicht getan, um mir bei diesen Unterfangenbein zu stehen. Was ist der Zweck eines Bündnisses, wenn ihr nicht an meine kleinen Finger hebt im Seite? Ja, vielleicht hättest du da doch was tun sollen. Ich werde umgehend meine Truppen senden. Und dann verliere ich Meinung an denen. Also was auch immer. Ich werde umgehend Truppen senden. Und ich werde trotzdem nichts machen. Jetzt ist meine Tochter auch noch schwindsüchtig. Oh nee. Oh nee. Da ist eine Kriegsbemühung, ey. Sind alles Königreich Westfranken. Die will ich aber alle einnehmen. Ich will ja irgendwann Westfranken komplett haben. Also, wollte ich mir Verbündete außerhalb suchen, oder? Hm, du kannst Bündnisse theoretisch glaube ich auch brechen, irgendwie. Ja, wenn man erstmal Energie reinsteckt. Ihre militärische Stärke ist unsere ebenbürtig. Ich habe gerade mal 676 Aushebungen. Und die haben 2678. Ist klar. Rinder, ich habe gerade einen Anspruch und der Gegendenspieler nur noch 200 Truppen hat. Sehe ich jetzt erst. Ruf wieder auf die Olle. Mag mich hier auch niemand. Lumi ist nicht so wichtig. Die könnte ich auch fürchten. Das Geile ist wieder König Georg von Ostfrankreich ist 5 Jahre alt. Und Ludwig Karling ist 6 Jahre alt. Hallo? Die werfen sich dann Bausteine an den Kopf und dann gibt es Krieg. Hm. Wie alt bist du denn? Jetzt dann. Können wir mal mein... Fünf Jahre alte Tochter, die würde es dir bestimmt brauchen. Meine Ritter werden ständig verwundet. Das ist so schrecklich. Oh mein Gott. Drei Minuten noch, da ist es filtert vor, da ich wohl Geschicht habe, werde ich pünktlich beschließen. 20 Uhr. Hm? 22 Uhr. Sie ist dann pünktlich abschließen. Ja, 24 Uhr genau. Dann bleiben wir noch vier Stunden Schlaf. Dann gehe ich wieder auf eine zwei Stunden Schicht. Genau. Huff. Durchmachen. Noch besser. Einfach durchmachen. Meinst du, das ist mein Krieg? Das ist mein Krieg. Meine Chefin des Munkbein Betriebsrat, die darf nicht viel Betrieb sein. Oh, ich warte jetzt sechs Monate darauf, dass ich eine Burg belagert kriege. Sechs... Wenn du mir so ein bisschen überlegst, sie haben sechs Monate gebraucht, eine Burg zu belagern. Oh no. Naja, belagern dauert halt, du hast ja Vorrede und alles. Bist du ja quasi ausbluten lassen. Wo ich hier überall im Krieg beitreten muss, ey, können die nicht mal friedlich sein? Nee, meine Frau ist schon wieder schwanger. Minus 88. Gold. Du musst jetzt eigentlich zehn Jahre warten, bis ich meine Kinder heiraten kann. Blumi, Blumi, wie viele Kinder hast du bis jetzt? Felix gebärt dir jedes Jahr ein Kind. Bam, bam, bam. Drei hab ich jetzt, ja. Ich hab... Ich hab Sechser. Ja, aber wir holen nach. Meine Frau ist schon wieder schwanger. Ja, toll. Ich hab ein Kind, das ist auch noch kränklich aktuell. Das hat die Schwindsucht. Wie soll ich meinen Sohn nennen? Felix? Nein, Opel. Wow. Wow. So, ob ich mein Glück kenne, werde ich sowieso morgen wieder eingenommen von irgendjemandem, wo ich nicht vorhersehen konnte. Und das nächste Mal, wenn wir spielen. Spielen wir morgen etwa nochmal? Lumi fährt ja morgen heim. Das wird nicht machbar sein wahrscheinlich, wenn sie fünf Stunden Auto fährt. Ach, Quatsch. Kann Lumi da nochmal spielen? Weiterspielen während der Autofahren. Nee, der muss hier schon lange zu Hause sein. Also zumindest aus Sachsen raus. Es geht übers Handy. Es ist wirklich ein Spiel, was übers Handy relativ gut machbar wäre. Aber? Aber sie muss ja Autofahren. Ach, Quatsch. Holte sich halt ein Tesla, mein Gott. Tesla muss auch fahren. Nein, nein. Überhaupt nicht. Ja, beim Tesla musst du zumindest nicht Gas geben, glaube ich. Ja, du kannst auch mein Auto auf Tempomat stellen. Das heißt auch noch lange nicht, dass du selbstständig fährst. Und der Tesla fährt selbstständig, aber du musst halt eingreifbereit sein. Du kannst das Ganze mit dem Knie und dem Steuer mache ich ja auch manchmal, wenn ich Strecke gerade sehe. Genau, das hört sich nach einem guten Grad an. Steuerst doch mit dem Knie, Lumi. Du bist ja jung, aber ich bin ja auch 45. Beendet ihr dann langsam eure letzten Züge? Von mir aus kannst du beenden. Mir ist nur, wenn du speicherst. Ja, speichern wir noch gut. Du musst speichern. Dann ja. Einfach, einfach speichern. Einfach, einfach beenden. Und die gespeichert hast du auch zu beenden. Na, wer speichern? 24 Tage bevor ich das einnehme, na toll.